Ihr habt jetzt die Möglichkeit einer Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube. Warum habe ich das gemacht? Was beinhaltet das für euch? Was habt ihr für Vorteile? Was habe ich für Vorteile daraus? In dieser Kanalmitgliedschaft geht es darum, dass ich einen geschützten Raum schaffen möchte für Mamas. Um mal zu jammern, um mal zu meckern, um aber auch gemeinsam Lösungen zu finden, um uns gemeinsam zu unterstützen und dass ihr die Möglichkeit habt, mich zu fragen. Über alle Herausforderungen, Probleme, die ihr in eurem Mama-Alltag habt, die euch als Frau, als Individuum betreffen, von meinem Expertenwissen zu profitieren. Und das in einem geschützten Raum, wo ihr sicher sein könnt, dass ihr eure Geschichte erzählen könnt, schreiben könnt in dem Fall, weil ich reagiere ja auf eure geschriebene Nachrichten im Chat. Und das bekommt ihr über die Mitgliedschaft. Natürlich habt ihr auch die YouTube-Bonusse, wie die Emojis und die Icons, aber das ist vor allen Dingen Teil dieser Mitgliedschaft, dass wir uns einmal im Monat in einem Livestream treffen und einfach mal so eine Live-Mama-Runde haben zum Jammern, Meckern, aber auch Lösungen finden, Ansätze finden, uns gemeinsam unterstützen und supporten. So einen Mama-Raum einfach mal. Und damit unterstützt ihr natürlich auch mich und meine Arbeit und ich wiederum schaffe für euch einen geschützten kleinen Raum und biete euch mein Expertenwissen an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich schon ganz arg auf die erste Runde. Wenn ihr alle Infos haben wollt, wann das Ganze stattfindet und so weiter und so fort, dann geht in den Community-Bereich und dort sehen wir uns dann und besprechen die erste Live-Runde. Ich freue mich sehr über jedes neue Kanalmitglied. Ich bin selber sehr aufgeregt und gespannt, wie das Ganze sich entwickelt und sich für uns gestalten wird. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald in unserem allerersten Livestream für Kanalmitglieder. Bis zum nächsten Mal mitglieder.